Hallo, hier befinden wir uns in einem Permakulturgarten und es ist ein wunderbarer Ort. Wir haben viel Freude hier, macht viel Spaß und wir bauen das beste Essen in der Welt hier an. Schaut euch einfach mal um und wenn ihr mehr darüber lernen wollt, wie man sowas anlegt, was für Pflanzen man da setzt und welche Pflanzen gerne mit anderen Pflanzen zusammen wachsen und wie man Arbeit vermeiden kann und stattdessen die Natur für sich arbeiten lässt. Wir legen diesen Garten an, auf der Grundlage mit der Natur zusammenzuarbeiten, anstatt gegen sie zu arbeiten und wir erzielen eine gute Ernte und wir haben also viel Produktion, aber wir haben auch qualitative Produktion. Wenn ihr wissen wollt, wie wir das machen, dann kommt und schaut euch das an. Danke sehr.